Den Vordergrund eines Videos vom Hintergrund trennen und das ganz ohne Greenscreen. Geht das überhaupt? Die gute Antwort vorweg, ja, das geht. Und das Beste an dem Tool, was ich euch heute vorstellen möchte, ist, dass die meiste Arbeit von einer KI übernommen wird. Ich bin Tobi von Abbilden und wir machen digitale Bildung einfach passend. Also abonniere den Kanal, um zukünftig kein Video mehr zu verpassen und teile und like dieses Video, wenn es dir geholfen hat. Denn so hilfst du auch uns, mehr Leute zu erreichen und die digitale Bildung zu verbessern. Doch genug der vielen Worte, denn eigentlich wartet ihr nur darauf, endlich zu erfahren, wie man denn jetzt so eine Person oder ein Gegenstand freistellen kann. Vorweg aber noch das Beste an dieser Methode, denn den meisten Teil der Arbeit übernimmt mit diesem Tool eine künstliche Intelligenz für euch. Der Arbeitsaufwand ist somit sehr gering. Und dafür besuchen wir jetzt einfach mal gemeinsam die Seite RunwayML.com. Denn bei RunwayML handelt es sich im Kern um eine browserbasierte Videoschnittsoftware, also ein Schnittprogramm, das nicht auf dem eigenen Rechner, sondern nur im Browser operiert. Wir müssen also kein Programm extra herunterladen. Es gibt allerdings eine wichtige Einschränkung. RunwayML funktioniert nur in Verbindung mit dem Google Chrome Browser. Wie bei den meisten browserbasierten Anwendungen müssen wir uns zunächst ein Konto erstellen. Das ist für die Basisversion von RunwayML auch kostenfrei und funktioniert wirklich ganz simpel. Dazu klicken wir hier oben auf Sign Up und können uns anschließend mit unserer E-Mail-Adresse und einem selbst zu wählenden Passwort anmelden. Oder noch viel einfacher, wir nutzen einfach unser Google Konto. Das habe ich in diesem Fall auch getan und kann jetzt also einfach zurück auf die Startseite und mich hier über Login mit meinem Google Konto anmelden. Nach der Anmeldung werden wir direkt in unser Projektportfolio geleitet. Dort finden wir eine Übersicht über unsere laufenden Projekte und die abgeschlossenen Projekte. Meine Startseite ist jetzt natürlich noch leer, da ich diese extra für dieses Video gereinigt habe. Wollen wir jetzt ein neues Projekt beginnen, klicken wir hier oben links auf Create New Project. Anschließend können wir wählen, ob wir einfach das interne Schnittprogramm von Runway nutzen wollen oder die sogenannten Magic Tools. Und da wir heute hier sind, um Personen oder Gegenstände aus dem Vordergrund freizustellen, nutzen wir das Magic Tool Greenscreen. Bevor wir jetzt aber den Vordergrund eines Videos vom Hintergrund trennen können, benötigen wir zunächst erstmal eins. Und da es sich bei Runway ja um ein browserbasiertes Programm handelt, müssen wir dieses erst einmal hochladen. Dazu klicken wir hier oben auf Upload. Für dieses Video habe ich zwei Beispiele von Pixabay heruntergeladen und wir wählen hier jetzt mal das Video aus, welches Couple.mp4 heißt. Das können wir ganz einfach mit einem Doppelklick tun oder indem wir es erst markieren und dann dort auf Öffnen klicken. Das Hochladen des Videos kann dabei natürlich nach Größe der Datei und Latenz der Internetverbindung variieren. Nach dem Upload erscheint das Video in unserem Medienpool in der Rubrik Videos. Da ist es auch schon und nun können wir es per Drag & Drop, also indem wir das Video anklicken und gedrückt halten, hier unten in unsere Timeline ziehen. Und um das Pärchen hier auf der Bank nun von ihrem tollen Ausblick zu befreien, müssen wir einfach nur mit einem Mausklick die Stellen auswählen, die wir sozusagen behalten wollen. Und wie ihr sehen könnt, erkennt die KI schon ganz gut, was ich eigentlich will. Aber ein bisschen nacharbeiten müssen wir dann schon. Wir setzen jetzt also überall dort die Punkte, wo wir den Vordergrund vom Hintergrund trennen möchten. Und je sorgfältiger wir dabei sind, desto besser wird auch das Resultat. Wir können in der KI aber auch explizit sagen, welche Stellen im Video eben nicht mit übernommen werden sollen. Ihr seht hier bei den Beinen des Paares, dass die KI da etwas großzügig war und die Zwischenräume gleich mit übernommen hat. Kein Problem. Um diese Stellen loszuwerden, klicken wir hier rechts an der Seite einfach auf Exclude und können nun die entsprechenden Stellen anwählen. Praktischerweise sind diese Punkte auch rot markiert. Diese Definierung haben wir nun erstmal für den ersten Frame gemacht. Deshalb sollten wir nun ein bisschen durch die Timeline gehen und schon mal sondieren, wo die KI vielleicht nicht mitgekommen ist. Achtet hierbei vor allen Dingen auf Bewegungen im Bild. Ich habe es hier nämlich eben schon bei dem Hund gesehen, dass, als er den Kopf bewegt, dort die KI nicht ganz mitgekommen ist. Und diese Stelle suchen wir jetzt nochmal raus. So, da ist die fragliche Stelle auch schon und deswegen klicken wir jetzt hier rechts natürlich wieder auf Include und markieren jetzt hier die Schnauze des Hundes. So, und nachdem wir uns das jetzt hier so ein bisschen oberflächlich schon alles angeschaut haben, klicken wir im nächsten Schritt hier auf Preview. Das heißt, wir können uns auch eine Vorschau angucken und lassen die jetzt einfach mal durchlaufen und achten jetzt hier mal so auf die fraglichen Stellen, also vor allen Dingen dort, wo Bewegung herrscht, ob die KI da mitgekommen ist. Und auch hierbei fällt jetzt auf, dass so bei Sekunde 8, 9, dass dort die Schnauze des Hundes noch nicht ganz sauber mitgenommen wurde. Und das klicken wir jetzt hier einfach nochmal an. Dabei gibt es eigentlich eine ganz einfache Faustformel zu beachten. Je mehr Bewegung im Bild vorhanden ist, also vor allen Dingen im Vordergrund, desto mehr Schwierigkeiten wird die KI haben, diese auch mitzuerkennen. Das heißt, je mehr Bewegung im Bild, desto mehr müssen wir gegebenenfalls nacharbeiten und desto genauer sollten wir auch auf die Punkte achten, wo Bewegung im Vordergrund stattfindet. Nachdem wir jetzt das Definieren unseres Vordergrundes abgeschlossen haben, das sogenannte Masking, also indem man eine Maske erstellt quasi, klicken wir hier oben rechts auf Done Masking. Dann dauert es kurz ein bisschen, also dann müssen wir die Ladezeit hier des Computers beziehungsweise des Programms abwarten. Und im nächsten Schritt sehen wir schon die Veränderungen in unserem Bild. Dann plötzlich ist der Hintergrund durch einen Greenscreen ersetzt worden. Und genau das macht dieses Programm quasi. Es ersetzt den Hintergrund durch einen Greenscreen, der uns ja vorher fehlte. Auch in der Timeline und hier rechts bei den Eigenschaften des Videos hat sich einiges getan. Da möchte ich aber gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Wichtig ist, wie gesagt, hier, dass wir jetzt den Vordergrund vom Hintergrund getrennt haben. Und nach einer ersten oberflächlichen Durchsicht bin ich eigentlich schon ganz zufrieden mit dem Resultat. Die KI hat mit meiner Hilfe ganze Arbeit geleistet und nun möchte ich das Video exportieren. Dafür klicke ich hier rechts oben wieder auf Export. Und nun offenbart das Programm uns eine seiner Defizite in der Basisversion. Denn leider können wir das Video in der Gratis-Variante nur in 720p ausgeben. Das ist aber für die allermeisten Anwendungen gerade im E-Learning-Bereich absolut ausreichend. Denn Sie müssen bedenken, dass ein Video mit mehr Pixeln auch immer eine höhere Dateigröße und somit längere Ladezeiten zur Folge hat. Wir exportieren das Video also, indem wir hier das Ganze mit Export-Video bestätigen. Ja, und auch jetzt müssen wir wieder eine kleine Wartezeit, eine Ladezeit abwarten. Tja, aber leider gibt uns das Programm jetzt überhaupt keine Rückmeldung, wie lange denn der Export jetzt dauern wird. Und deswegen müssen wir hier einmal oben links auf diese drei Striche gehen und anschließend auf Back to Projects klicken. Im Anschluss klicken wir dann auf das Projekt, was wir gerade bearbeiten. Und dann sehen wir nämlich hier bei unseren Assets tatsächlich, wie lange es noch dauert, bis das Video exportiert ist. So, und obwohl das ganze Video bzw. der kleine Clip hier nur 17 Sekunden lang ist, dauert das Exportieren eine ganze Zeit. Und das liegt einfach daran, dass hier viel Rechenleistung im Hintergrund abgerufen wird, die einfach ihre Zeit benötigt. Denn man muss sich einfach vorstellen, dass das, was wir sonst tun würden, also zum Beispiel mit Adobe After Effects oder anderen Programmen, jedes Einzelbild, die Maske zu definieren, dass das nun von der KI erledigt wird. Also für uns ist der Aufwand hier natürlich sehr gering, für unseren Computer bzw. für die künstliche Intelligenz dafür umso höher. Und dadurch werden einfach diese langen Ladezeiten hier manchmal, ja, gerechtfertigt. Nachdem der Export des Videos jetzt abgeschlossen ist, befindet sich das Video aber leider noch nicht auf unserer lokalen Festplatte, wie man das vielleicht denken könnte. Deshalb müssen wir jetzt wieder zurück zu unseren Projekten, also hier oben links über die drei Striche auf Back to Projects und klicken dann anschließend hier auf Assets. Das ist quasi die Sammlung aller Videos, die wir bereits hochgeladen haben bei Runway. Und wenn wir jetzt hier mal unsere Assets angucken, dann können wir hier schon das Video mit dem Greenscreen sehen und sehen, wenn wir da mit der Maus rüber hovern, auch schon so drei Punkte. Und bei diesen drei Punkten finden wir die Option des Downloads. Der Video-Download wiederum erweist sich dabei als sehr schnell. Das liegt auch daran, dass wir hier nur einen 17-sekündigen Clip haben in 720p. Das heißt, die Dateigröße beträgt hier gerade mal 2 MB. Selbstverständlich könnten wir das Video jetzt hier auch bei RunwayML direkt schneiden und quasi mit einem anderen Hintergrund versehen. Ich möchte euch aber eigentlich zeigen, wie man das mit DaVinci Resolve machen kann und welche Möglichkeiten wir dort haben, den Hintergrund quasi neu zu definieren. Tja, und wenn ihr das Video auf gar keinen Fall verpassen wollt, dann abonniert jetzt schnell noch den Kanal. Und wenn euch das Video zu RunwayML gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da. Auf Wiedersehen und bis bald!